Bei einer Filmproduktion ist es eigentlich immer vonnöten, das Drehset umzugestalten. Dabei ist es unwichtig, ob direkt in einem Filmstudio oder beispielsweise in einer Wohnung oder aber auf einer Straße gedreht wird. Fakt ist letztlich, dass nach Beendigung der Dreharbeiten der ursprüngliche Zustand des Drehorts wiederhergestellt sein muss. Man muss also sprichwörtlich die auch noch so kleinste Kulisse abbauen, wodurch es also zu Abbaukosten kommt. Auch für die nachfolgende Reinigung des Drehsets und oder eventuell anfallenden Reparaturen entstehen weitere Abbaukosten. Eine besonders kostspielige Angelegenheit wird dies, wenn in einem Filmstudio gedreht wurde. Da dort ganze Dekorationen abgerissen werden müssen und dabei eben auch Abbaukosten für die Entsorgung entstehen.